Hallihalüchen Leute, ich begrüße euch heute zu einer neuen Rollenspielvorstellung, und zwar The Doom Cave of the Crystal Head of Children, ein Abenteuer für Lamentations of the Flame Princes. Da bei mir momentan so ein bisschen Sommerloch ist, weil irgendwie, es ist warm, das heißt man trifft sich nicht so häufig was zu machen, dafür ist man halt viel draußen, unternimmt viel, macht jetzt ein Laufen Dinge, kommen halt tatsächlich momentan gar nicht so viel zum Spielen. Und dachten wir mal, ey, was habe ich eigentlich in letzter Zeit so gemacht, damit ich wenigstens noch so ab und an mal ein Video produziert und raushauen kann. Und eines der Dinge, die mir dabei einfiel, ist das Ding hier, was ich vor ein paar Wochen mit Freunden zusammengespielt habe, ein Teil der D&D-Gruppe und ein paar andere Leute dazu, und fand das tatsächlich ziemlich cool, deswegen stellen wir es heute einfach mal vor. Das Doom Cave of the Crystal Head of Children ist von Lamentations of the Flame Princes, von dem Autoren, zum Free RPG Day 2013, steht da oben, und das müsste tatsächlich so richtig sein. Nee, umgekehrt, es ist von 14, denn 2013 gab es Better Than Any Man, und das wurde an vielen Läden blockiert, weil er gesagt hat, das geht ja gar nicht, da werden ja Kinder geschlagen, Gewalt an Kindern, das geht ja so gar nicht, so, ah nein, kann man ja nicht machen. Also hat er sich dann gedacht, ja, wenn Leute, für Leute so relevant ist, dann machen wir halt 2014 ein Abenteuer, was sich gezielt damit beschäftigt, Kinder zu prügeln, so ungefähr. Und dann entstand das Ganze, inhaltlich ist das in meinen Augen eine ziemlich witzige Sache, man ist unterwegs, man kommt in ein Dorf, und da haben auf einmal alle Frauen im gebärfähigen Alter, reden von ihrem Sohn Andrew, den sie vermissen. Und alle beschreiben ihn halt ziemlich gleich aussehend, aber keiner weiß, wer dieser Andrew ist, sonst kennt ihn niemand. Und bis jemand Spuren von Kindern, die so aussehen, ein bisschen nördlich entdeckt hat, hat einen Weidläufer oder sowas gesehen, und die Spielergruppe wird ausgeschickt, das zu untersuchen, kriegen als Belohnung versprochen, eine komplette Wagenladung essen, und natürlich das, was sie in Gold finden, um daraus EP zu schlagen. Und darauf baut das Ganze auf. Und ihr seht, solides Abenteuer, viel Text, ein paar hübsche Bilder, hier sieht man die Crystal Headed Children, das ist halt dieser, das, was die dort als Andrew kennen, der halt im Endeffekt Kinder, die ein paar Kristalle im Kopf haben. Und dann kommt man dort rein in die Höhle, und ich werde jetzt, also, erstmal so ein bisschen grob übersichten, man hat halt lang und breit Erklärungen, der, was die Gebiete sind, mit vielen coolen Tabellen, die in meinen Augen auch alle sehr gut funktionieren, die haben viel Spaß gemacht zu verwenden. Ein paar Stellen hier, es gibt unterhältische Knöpfe, die man aufschreiben muss, da hat man hier, oder sich werken sollte, hat man hier eine Liste für, und kann dann mal auswürfen, was auf welchem Knopf passiert, und ein paar interessante Gebiete. Und das hier ist die Karte, die packen wir uns mal in die Mitte, wenn ich das mal grob vorstelle, wo man da langkommt, was da nicht passiert, man kommt hier rein, und dieser ganze Bereich hier oben ist der Eingangsbereich, wo man einen Typen findet, der diesen Kristall hier in der Mitte benutzt. Und dieser Kristall kommt von einer, und jetzt kommen auf jeden Fall Spoiler, das heißt, wir das Abenteuer selber mal spielen, wir sollten jetzt weghören, kommt von einer Alien-Rasse, die das Problem haben, dass sie nicht mit anderen Rassen kommunizieren können, weil sie halt auf so einer spirituellen Ebene existieren. Und da sieht man auch diese hübsche Beschreibung, wenn man drüber hobert, das PDF ist, was das angeht, sehr gut gemacht. Und die haben halt im Endeffekt kristalline Strukturen erschaffen, um darüber Kinder erzeugen zu können, um da mit dem Rest der Existenz interagieren zu können. Und ja, das Ganze spielt immer noch in einem Fantasy-Setting oder Lamentations gibt halt stattmäßig vor so ein 16. bis 17. Jahrhundert Fantasy-Equivalent, aber da gibt's halt schon so absurden Shit mit drin. Und haben halt diese Anlage gebaut, wenn man damit quasi Kinder selber erzeugen kann, braucht männliche DNA, weibliche DNA und packt dann diese Kristalle rein, um die zu kontrollieren. Und darüber könnten die halt selber geistig da rein. Und was passiert ist, ein Typ namens wiki.pod ist da rein, hat diese Dinge entdeckt, direkt angefangen zu benutzen, wird festgestellt, oh, das funktioniert ja, cool, und macht damit Dinge. Und erzeugt sich halt diese Kinder, realisiert nicht, dass er dafür auch weibliche DNA braucht, die holt sich das Ding automatisch aus der benachbarten Stadt, deswegen können diese Mütter sich alle an die Kinder erinnern. Wenn sie dann hier hinkommen, oder man hier hinkommt und das gegenüberstellt, dachte, wiki, das braucht das alles meins und so, kann das schon so ein bisschen aufklären. Aber im Endeffekt kann man halt hier vor allen Dingen dann dieses Ding erkunden. Man kann so gesehen von hier unten drunter, da kann man Steuerungskristalle rausziehen und damit auch diesen ganzen Brutprozess zu manipulieren. Hat überall diese kleinen Knöpfe, das ist dieses 9 und dann den Buchstaben dran, die kann man halt beim Aufzeichnen finden und benutzen. Die haben verschiedene Farben für verschiedene Effekte. Hat hier drin einen Tümpel von Flüssigkeit, der die gleiche Farbverhältnisse hat. Hat hier oben noch einen Raum mit Geisteranwesenheit. Hier hat man ein Linguistiklabor, da kann man da Kristalle rausziehen, kann man Sprachen vergessen. Hier unten hat man eine riesige Disc, mit der man die Kinder kontrollieren kann, aber wenn man sich die aufsetzt, kann man sie nicht wieder absetzen und die ist zu groß, um durch die Gänge zu kommen. Hier oben hat man ein kleines Modellschiff in der Flasche und wenn man diese Flasche aufmacht, kommt das komplette Schiff raus. Wenn man wieder eine Flasche drum macht, geht es wieder rein, kann man mitnehmen und nutzen. Und hier oben hat man drei Kristalle, wo man, also da kommt man, das ist ganz niedlich, das Ganze ist so ein bisschen raumverzerrt. Man sieht hier zum Beispiel Gänge, die sich überlagern, was hat die Spiele auch beim Zeichnen feststellen sollen. Die überlagern sich, anstatt sich sinnvoll zu kreuzen. Und diese Tür 6 geht hier dran, das passt also vom Raum-Zeit-Kontinuum, alles nicht vernünftig. Da findet man eingesperrte Sachen drin. Einen Krieger, der früher Kinder beschützt hat, einen Menschen in einem Klebergebiet und ein Dinosaurier, glaube ich. Und kann in der Mitte einen Orakel benutzen. Und dann verschwindet diese Wand hier, es kommt ein riesen Alien-Ding, deshalb sagt, ich beantworte euch eine Frage. Aber erst müsst ihr mir erklären, wer von euch würdig ist, denn derjenige, der am unwürdigsten ist, der stirbt halt einfach. Das ist ganz witzig, kann man auch mitarbeiten, kann diese ganzen Knöpfe finden, die halt verschiedenste Effekte haben können von Du bist wieder gesund, so deine Haut verwandelt sich in Eisen, alles Silber in dem kompletten Gebäude verschwindet, alles Gold verschwindet, solche Sachen. Hier ist eine Brücke über einen See, einer Flüssigkeit, die dann die gleichen Farbeffekte hat, aber deutlich krasser. Und da kann man auch die absurdesten Sachen haben, wenn man da reinfällt, wenn es gerade gelb ist, dann geht ein Warnsignal raus, was Alien-Hacker abfangen und dann hier hinkommen, um das Ganze abzuholen und kurz danach aber auch die Original-Empfänger hinkommen, was dafür sorgen kann, dass man dann lustige Tabellen hat, die in vielen Fällen dafür sorgen, dass einfach die Erde explodiert, weil Aliens sich gerade mit riesigen Schlachtschiffen einen Kampf darum leisten, während da kleine Fantasy-Helden stehen und sich denken, da fuck. In meinen Augen, also es hat mir viel Spaß gemacht, das Ganze zu leiten. Es hat halt den typischen Lamentations-Problemfaktor von, oder den Vorteil und Problemfaktor in allem, nämlich der Vorteil, es ist weird, Problemfaktor, es ist weird. Es macht super viel Spaß, Leute hier durchgehend zu lassen, uns das Spiel zu erkunden, welche Schalter haben, welche Effekte und was für Farben mögen wir eigentlich und warum. Und es hat halt zwei große Probleme, was ist das Sinnvollste, was Charaktere hier dran machen können? Eigentlich früh nach Hause gehen. Da kriegt man zwar kein Geld und damit auch keine Erfahrung, aber vieles, was man hier rausholen kann, ist halt einfach nur hochgradig gefährlich und dumm, da reinzugehen, was halt schwer ist, einen sinnvollen Grund zu finden, was ein Charakter das macht, außer gucken, was ein One-Shotler halt machen. Und das andere ist, je mehr man, also tatsächlich habe ich dieses Problem, ich finde diese Anteil für One-Shots eigentlich total schwierig, weil man will ja den ganzen coolen Schissen, der da drin ist, zeigen. Und wenn wir das halt irgendwie den Spielern geben und sagen, hier, guck mal, viele coole Dinge, über die ihr spielen könnt. Und es gibt auch ein paar mehr Räume als das, was ich jetzt gerade schon beschrieben habe, einfach weil, ihr solltet es ja auch selber durchlesen, wenn ihr Bock habt, das zu spielen. Und da kommen coole Dinge. Es kann sowas passieren, wie wenn man den falschen Knopf drückt, dann wird das Grid des ganzen Grundfläche vergrößert sich konstant, bis man wieder einen passenden Schalter findet. Man kann das zwar schnell genug laufen, um da rauszukommen, aber wenn man sich zu viel Zeit lässt, kommt man dann halt auch irgendwie nicht mehr weg, weil das Ding auf einmal so groß ist, dass es schneller wächst, als man pro Runde laufen kann. Und solche Sachen. Das ist super cool. Aber es ist halt irgendwie immer tödlich, wenn man Spielern sowas vorsetzt, zu erkunden. Also es geht halt immer schief. Meine Spieler, das Problem, die haben einen Knopf gefunden, das mit den Kindern funktioniert so, es gibt 100 Stück davon, und die Kraft, die die bereitstellen können, verteilt sich über alle Kinder. Das heißt, 100 Stück sind halt am schwächsten. Wenn ein paar wegsterben, werden die mit der Zeit stärker. Und das ist halt nicht linear, was zur Folge hat, dass es anfangs beginnt mit, wenn du die ersten paar Kinder wegholst, merkst du halt keinen Unterschied, aber wenn du hinter den letzten fünf hast, und dann hast du jetzt eins weg, dann sind es noch vier, dann sind die anderen auf einmal um 20% stärker. Und vom vorletzten zum letzten verdoppelt sich dann die Kraft dieses Kindes, das macht die halt unheimlich stark, wenn sie halt nur noch wenige sind. Meine Spieler hatten das Problem mit dem Knopf gedrückt, der die Maschine glauben lässt, dass nur noch halb so viele Kinder da sind, obwohl immer noch gleich so viele Kinder da sind. Das heißt, im Endeffekt, alle Kinder werden stärker. Und den diesen Knopf haben sie jetzt zweimal gedrückt, sodass das System glaubt, es sind nur noch 25 Kinder da, und der Sprung von 100 zu 25 ist halt nicht, es wurde zweimal stärker, sondern die wurden dann signifikant stärker. Und dann haben sie einen Knopf gefunden, der dafür sorgte, dass alle Kinder alles angreifen, was irgendwie in erreichbarer Nähe ist. Und die hatten halt ein paar Kinder als Begleitung dabei, die hat Vicky dort Pottet halt mitgeschickt, vor allem hier, passt euch auf, er hat ja eine telepathische Verbindung mit denen, kann sich hinterher angucken, was die Leute dort gemacht haben. Voll gut. Diese Kinder griffen also in dem Moment die Gruppe an, waren aber nicht so stark wie 5 Kinder, sondern im Endeffekt so viel wie, ja, 20. Also, vor der Verteilung, vielleicht auch 30, ich hab's jetzt nicht genau nachgerechnet, aber sie waren auf einmal krass stark. Und haben halt alle bis auf einen umgehauen, der eine letzte Charakter ist halt weggerannt in die Stadt und hat daran auch gewarnt. Von wegen, hey, da kommt halt eine riesige Flut Kinder aus diesem Berg, die euch alle umbringen wollen, sodass die Stadt tatsächlich eine Chance hatte, zu überleben, war super witzig, dadurch, dass einer der anderen Charaktere hat halt vorher eine Alien-Warn-Nachricht bekommen, die halt im Endeffekt sagte, ja, es wird hier alles untergehen, es gibt ein Riesenproblem und ihr könnt das verhindern, wenn Krr, 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 Vermindung abgerissen. Was halt genau da vorher technisch gesehen dann gewarnt hat, ging alles echt gut auf. In meinen Augen ein sehr witziges Abenteuer, also wie gesagt, ich hab da viel Spaß dran gehabt, man muss das Absurde da drin mögen, dann kann man da viel Spaß dran haben und wenn ihr das Ganze selber mal ausprobieren wollt und wenn ihr es nur lesen wollt für die absurden Dinge, die drin sind, das Ganze ist per Drive-Thru-RPG als Print-On-D, nee, nicht als Print-On-D, als Pay-What-You-Want, so rum zu bekommen, das heißt, kostet euch nichts, ihr könnt aber, wenn ihr sagt, ich fand das cool, ich möchte unterstützen, dafür halt ein bisschen Geld geben, könnt es aber doch komplett lassen, ist halt auch vollkommen solide. Die Sachen sind halt damals über den Free-RPG-Day, also dieses große amerikanische Äquivalent für das, was wir hier als Gartes-Rollenspiel-Tag haben, rausgekommen und halt quasi die Vorlage, wo man das hierfür auch übernommen hat, an dem amerikanischen Leben, soweit ich weiß, hier in Deutschland nur so ein ganz paar Läden Teil, was sehr schade ist, weil beim Deutschland schwer kommt man die Sache dran, aber man kann halt einen guten Teil hier online finden, so halt auch das. Wie gesagt, in meinen Augen unheimlich witzig, hier sieht man gerade die Bilder von dem Krieger, der da eingesperrt ist, ein alter Pikte, glaube ich, und hier der Dinosaurier-Äquivalent mit zwei so großen Stachelkeulen und der Mann, der von Kleber umgeben ist, immer mit einzelnen Katakomben, oder Abschnitten, wo das halt dann echt gut beschrieben wird, also in meinen Augen etwas, wo man echt gut arbeiten kann, hat hier aber vor der Karte quasi die, den kleinen Schlüsselpunkte, wo man was findet, farblich auch vorgehoben, Pool-Room, da weiß ich aus dem Kopf gerade gar nicht, was drin war, ach doch, das waren drei Pools, die nachdem man reingeht, haben die auch verschiedene Effekte, haben meine Spieler gar nicht gefunden, dazwischen hat man halt viele Gänge, wo die Spieler auch mitschreiben können, um halt die ganzen Shelter zu finden, sich dabei irgendwie was zu überlegen, hier sieht man die Brücke, insgesamt 58 Seiten, ich weiß nicht, die letzte ist halt die Doppelseite Map, in meinen Augen aber ein Abenteuer, was durchaus cool ist, was man mal gelesen haben kann, und wenn man Bock drauf hat, man zwei Leute spielen kann, wenn nicht, trotzdem interessant mal zu lesen, würde ich persönlich sagen, ja, das Doom Cave of the Crystallized Children, und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut. und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder,